Samstag, 18. August 2018 7 Uhr 7 Druckennutzungsrechte Feedback kommentieren Vor der Einfahrt zur Villa stehen Dutzende Polizisten Hin und wieder braust eine Limousine mit einem Politiker oder einem ausländischen Diplomaten heran Oben in Banigala, in den sanften Hügeln mit Blick auf Pakistans Hauptstadt Islamabad wohnt Imran Khan, früher Cricketstar, demnächst Regierungschef Auf den Straßen feiern die Menschen ihren kommenden Anführer, schwenken rot-grüne Parteiflaggen Auch wenn Khan als Mann der Armee gilt, manche bezeichnen ihn gar als Marionette der Generäle Sie sind doch froh, dass ihnen ein weiterer Militärherrscher erspart bleibt Sie rechnen ihm zudem hoch an, dass er es geschafft hat, die jahrzehnte währende Macht der beiden Dynastien Butto und Scharif zu durchbrechen Die Stimmung ist gut, und auf jeden Fall besser als die Lage Denn so sehr Khan sein neues Pakistan verkörpern mag, von dem er seit Jahren spricht So schwierig dürfte es für ihn werden, es auch umzusetzen Denn das Land plagen zahlreiche Probleme, jedes so groß, dass schon die Lösung eines davon eine politische Meisterleistung wäre Das Bakschisch-System ersetzt das Steuersystem So steht das Land kurz vor der Pleite und ist, wieder einmal, auf Rettung durch den internationalen Währungsfohn IWF angewiesen Die pakistanische Zentralbank verfügt über nur noch 9 Milliarden Euro, was gerade einmal für zwei Monaten reicht Pakistan wird, heißt es in Islamabad, um 10 bis 12 Milliarden Dollar Kredit bitten Damit würde das Land, wie schon zwölfmal in den zurückliegenden Jahrzehnten, Hilfe des IWF in Anspruch nehmen Der Wert der pakistanischen Rupier verfällt Ausländische Investitionen bleiben wegen politischer Instabilität und Sicherheitsbedenken weitgehend fern Ein weiteres Riesenproblem liegt darin, dass in Pakistan kaum jemand Steuern zahlt Die Staatseinnahmen finanzieren sich überwiegend aus indirekten Steuern wie die Mehrwertsteuer Was arme Menschen überproportional belastet Großgrundbesitzer und Industrielle setzen alles daran, eine Besteuerung von Einkommen und Kapital zu verhindern Stattdessen nimmt die jeweilige Regierung teure Kredite auf Khan hat eine neue Steuerkultur versprochen Das sind erstaunlich deutliche Worte, wie sie bislang noch kein Politiker in Pakistan gefunden hat Khan braucht Geld, wenn er seinen islamischen Wohlfahrtsstaat durchsetzen will Hinzu kommt die weit verbreitete Korruption Abgesehen von Militärs verdienen Staatsbedienstete in Pakistan wenig und sind damit anfällig für Korruption Auf manchen Behörden beginnen die Arbeitsprozesse erst nach Zahlung von Schmiergeld Das Bakshisch-System ersetzt das Steuersystem Auch dies ist ein Grund, weshalb viele ausländische Unternehmen vor einem Marktheintritt in Pakistan zurückschrecken Khan hat die Bekämpfung der Korruption schon vor Jahren zu seinem wichtigsten Ziel erklärt Brutstätte des Terrors eine Herausforderung für Khan wird sein, den Einfluss des mächtigen Militärs einzudämmen Über Pakistan heißt es oft, es sei kein Land mit einer Armee, sondern eine Armee mit einem Land Tatsache ist, dass es seit Staatsgründung 1947 vier Militärdiktatoren erlebt hat Und auch sonst die Generäle die Strippen im Hintergrund zogen Khan wird von ihnen protegiert Doch die Militärausgaben machen etwa 4% des Bruttoinlandsprodukt aus Khan hat Kürzungen angekündigt Sollte er das umsetzen, wäre ein Konflikt mit seinen Förderern unausweichlich Deutlich erhöht werden müssten hingegen die Bildungsausgaben, die nur gut 2% des Bruttoinlandsprodukt ausmachen Damit liegt Pakistan auf einem der letzten Plätze weltweit Nur etwa 60% der Bevölkerung können lesen und schreiben, eine Schulpflicht gibt es nicht Schätzungen gehen von bis zu 25 Millionen Kindern im Schulalter aus, die keinerlei Bildung erhalten Nur wer Geld hat, kann seinen Kindern eine Schulbildung finanzieren Oder er schickt sie auf eine Koranschule, Teil eines weiteren Problems Die religiöse Radikalisierung der Gesellschaft Zwar wird nur an wenigen Madrassas extremistisches Gedankengut verbreitet Aber insgesamt kontrolliert der Staat die Lehrinhalte nur unzureichend Pakistan gilt als eine Brutstätte des Terrors Dutzende militante Organisationen haben hier ihren Ursprung Das Militär verfolgt eigene Interessen wie die Rekrutierung von Extremisten für Stellvertreterkriege gegen Indien In Pakistan konnte sich Osama Bin Laden, Chef von Al-Qaida, jahrelang verstecken Bis er im Mai 2000 von US-Einheiten aufgespürt und getötet wurde Kahn vertritt hier eher weiche Positionen Zeigt oft Verständnis für Personen mit extremistischen Haltungen Kahn will das Unmögliche schaffen Das größte Problem Pakistans aber ist eines, über das die meisten Politiker am liebsten schweigen oder gar nicht als Problem erkennen Das rasante Wachstum der Bevölkerung 1947 zählte das Land noch 27 Millionen Einwohner Eine Zählung 2017 ergab, dass dort mittlerweile 208 Millionen Menschen leben Das entspricht einer Verdoppelung alle 25 Jahre Zwar geht die Geburtenrate langsam zurück, aber hält die Entwicklung an hat Pakistan im Jahr 2040 mehr als 400 Millionen Einwohner und noch in diesem Jahrhundert mehr als eine Milliarde Sexuelle Aufklärung ist ein Tabuthimmer Kinderreichtum nach Ansicht vieler Pakistaner Gotteswille und Gottessegen Dem traut sich kein Politiker zu widersprechen Auch Kahn nicht Die große junge Bevölkerung könnte dem Land tatsächlich einen ökonomischen Schub bringen Doch dazu wären eine vernünftige Bildung und ein solides Sozialsystem nötig Das sind nur die größten Probleme Zu erwähnen wären noch eine unzureichende Gesundheitsversorgung Ein fehlendes Rentensystem Große Mängel bei der Energieversorgung Die Erzfeindschaft mit dem Nachbarn Indien Das schwierige Verhältnis zum anderen Nachbarn Afghanistan Die zerrütteten Beziehungen zum Westen Insbesondere zu den USA Trotz allem glaubt Kahn offenbar Pakistan in eine bessere Zukunft führen zu können In den Augen vieler seiner Landsleute wäre ihm ein solches Wunder durchaus zuzutrauen So wie 1992 Als er die Cricket-Nationalmannschaft als Kapitän zum ersten Weltmeistertitel führte Seither ist Kahn ein Nationalheld Die Villa am Stadtrand von Islamabad dürfte der Ort werden Wo er diese Probleme angehen wird Zwischen Orangenbäumen und Bugainvilleen Niemals würde er in die pompöse Residenz des Premierministers im Regierungsviertel ziehen Ich würde mich schämen, dort zu wohnen Während Millionen von Pakistanern unterhalb der Armutsgrenze leben Erklärt er Die Zeiten, in denen Politiker in unermesslichem Luxus lebten Seien jetzt jedenfalls vorbei Bye